Natürlich das Geld, das wir auch nicht gespielt haben. Nicht, dass sich jemand denkt, das fällt da hier irgendwie vom Becken und wird da runter gepustet. So schnell? Oh Gott. Herzlich willkommen. Wer ist denn da? Helga Adam aus Stuttgart. Sie sind aber wie der Blitz hier eingeschlagen. Welches Tier mit zwei A's haben Sie sich denn überlegt? A's. Einfach nur das A's? Ja. Geht das? Ist das ein Tier? Ist das nicht schon irgendwie... Also wir brauchen ja eigentlich lebendige Tiere. Also nicht nur so ein... Ja, es kann ja natürlich alles sein. Haben Sie nicht noch irgendetwas anderes? Ich gebe Ihnen noch eine Chance, weil A's können wir leider nicht gelten lassen. Achtung. Kommen Sie schon, Sie schaffen das. Ansonsten kann ich Ihnen 20 Euro Trostpreis anbieten. Viel mehr ist sowieso nicht hier im Becken. Das ist doch eigentlich gar kein schlechtes Angebot. Bleiben Sie einfach am Telefon. Das A's geht leider nicht. Tut mir leid. Aber Sie kriegen trotzdem 20 Euro von uns. Okay? Ja. Okay. So. Wir spielen nochmal. Ich aktiviere die Runde wieder. Also A's ist nicht möglich. A's, Geier. Okay. Hat funktioniert. 3, 2, 1. Weiter geht's. Die Runde startet. Das Geldband läuft zum wiederholten Male. Und ich brauche ein Tier mit zwei A's. Genau zwei A's. Und Sie haben anscheinend eine Lösung. Wer ist denn am Telefon? Gerhard Wollessen. Aus Düsseldorf. Aus Düsseldorf. Und wie war Fasching? Bitte? Wie war Fasching? Gut. Gut. Und jetzt wird's noch besser. Sie kriegen ganz viel Bares. Was haben Sie raus? Aal. Aal steht schon da. Haben Sie noch was? Oh, die Regie ist ganz streng. Klar, wir müssen die erste Antwort gelten lassen. Ach Mensch. Der Aal ist bereits gelöst. Also es tickert auch nochmal oben durch. Es liegt jetzt nicht nur an meiner Schrift. Und so schlecht ist es ja auch wieder nicht. Was machen wir denn jetzt? Jetzt sparten wir einfach nochmal. Weil einfach aufhören wäre jetzt auch nicht gut. Drei, zwei, eins. Los! Muss nicht wie beim Aal oder beim Aasgeier der Fall sein. Oh, je. Jawohl. Herzlich willkommen. Wer ist am Telefon? Ja, hallo. Ist die Jacqueline aus Berlin. Hallo, Jacqueline aus Berlin. Das reint sich. Und was kommt raus? Kakadu. Jacqueline! Ja, der Kakadu ist wichtig. War das jetzt die Lösung der Regie? Ich hoffe. Dann haben wir jetzt nämlich auf. Kakadu. Jacqueline, das wird jetzt richtig viel Kohle. Wir zählen mal durch. Das ist morgen auf Ihrem Pronto. So, dass wir erstmal hier die Ordnung schaffen. Aber wir schaffen es noch alleine durch zu zählen. Sie kommen also aus Berlin. Haben Sie vorhin schon angerufen und mitgespielt? Nein, ich habe es drei, viermal probiert, ja. Och, drei, viermal nur? Das ist aber nicht so viel. Da gibt es andere angerufen, 20 Mal an. So, Jacqueline, das hat sich trotzdem gelohnt. Ich glaube, ich habe jetzt auch fast schon hier alles genannt. Oh, 200 Meter, da darf natürlich nichts verarmeln. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Klingelt es? Noch sind die Leitungen da. Ich halte es nicht aus, ja. Und? Es geht um einen Betrag, der kann inhaltlich Leben verändern. Sie bekommen das Geld heute noch überwiesen. Diesen Betrag auf jeden Fall, wenn Sie lösen. Jackpot-Spiel, ich erkläre es kurz. Zwölf Buchstaben. Sie nennen bitte drei Buchstaben. Zwischen A und L oder auch A oder L geht auf, ja. Und wir drehen diese Buchstaben um mit dem Knopfdruck. Und wenn dann dreimal unser Money Express Logo darunter erscheint, haben Sie gewonnen. 100.000 Euro sicher. Mhm. Sind es nur zwei Logos, haben wir leider nicht gewonnen. Aber die Chancen sind sehr, sehr gut. Besser als sein Geburtsdatum unter einem Blatt zu finden. Gibt so Wahrscheinlichkeitsrechnung. Deshalb spielen wir auch nicht so oft um den Jackpot. Immer ein Risiko. Bitte, Rischi. So, wie sieht es aus? Die Uhr ist abgelaufen. Ich sage jetzt gar nichts mehr. Ich kann es sowieso nicht. Ich kann die Leitung nicht auf meinen Hüte tragen. Oh Gott. Herzlich willkommen bei Money Express. Wer ist am Telefon? Peter Habicht. Herzlich willkommen. Herr Habicht, Sie haben ja einen Tiernachnamen. Was haben Sie raus? Tier mit zwei A's. Nasenaffe. Hä? Wow. Nasenaffe. Den gibt es wirklich. Und der ist natürlich richtig. Mit so einer tollen Lösung. Haben Sie jetzt abgeschlossen? Sie haben 3.465 Euro gerade gewonnen. Die kann keiner mehr wegnehmen. Jetzt kommt unser Jackpot-Spiel. Wir spielen um 100.000 Euro. Nennen Sie bitte drei Buchstaben. C. Mach mal erst mal auf. Da sind 10 Euro drunter. Jetzt ohne Risiko nochmal zwei Buchstaben. H. H. Ah, da wäre ein Logo gewesen. Und was noch? F. L, wie die Liebe. Ja, da sind nochmal 10 Euro drunter. Super. Da wären die Logos gewesen für die 100.000. Und wir addieren jetzt einfach nochmal 20 auf Ihren Gewinn. Das heißt, Sie haben insgesamt 3.485 Euro gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Bleiben Sie bitte in der Leitung. Gut. Gut. Und jetzt kann ich mich hier verabschieden von all den anderen Zuschauern. Morgen schaffen Sie es vielleicht, bei der großen Gewinnsumme abzukassieren. Bis dann. Wir sehen uns um 12 Uhr. Tschüss. 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 Tschüss.